Wir haben eingeladen zum Tag des Tischlers, der landesweit stattfindet, damit Kunden, Interessenten, Zulieferer, Freunde und Bekannte sich unsere Werkstatt anschauen können. Der Einsatz von digitalen Technologien hat insofern den Alltag eines Tischlers geändert, als dass er ihn bereichert hat mit neuen Möglichkeiten, die er hat. Das heißt, wir setzen zum Beispiel die digitale Technologie beim Aufmaß ein, bei der Kommunikation mit Monteuren, aber auch hier bei der Arbeitsvorbereitung der Konstruktion der Bauteile, die wir dann später auf zum Teil auch digitalisierten bzw. digital gesteuerten, computergesteuerten Maschinen fährt. Wir lehren gezielt die Auszubildenden an den Maschinen an, also auf 3D-Drucker, Laserkarte oder den CNC-Fräsen, nicht damit die das später nur noch machen, sondern dass die sehen, wo der Horizont ist, dass sie ihren Horizont dahingehend erweitern können, was möglich ist, was später auch machbar ist, weil im Endeffekt sind das die Facharbeiter von morgen, das sind die Leute, auf die überbauen musst du. Das war's. 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 Das war's.